Da wollen wir mal ganz entspannt die Bonis auspacken. Na Schrott. Schon wieder ey. Ich habe nie Glück, guck mal Iniesta. So ein Scheiß ey. Ich habe nie Glück, guck mal Iniesta &guck. Ich muss nur noch einmal in die Boni, ich habe nie gesagt, wie ich mich. Ich habe nie gehört, nein. Ich muss nur noch ein камing und in die Boni sein. Ich muss auch vor allem in die Boni sein. Ich muss nur noch einmal in die Boni sein. Nach dem dough in die Cauch�� глasbe sich, Walkout, 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 Walkout. Ach krass, die Heldenkarte. Okay, Crystal Palace, linker Verteidiger, ach doch nicht, wie geil, Rule Breaker Karte. Wie geil. Boah, ich glaube die kostet 65k oder 75k oder so. Mega. Ich dachte, das wäre jetzt die Heldenkarte gewesen, also richtig gut. Linker Verteidiger. Cool. Boah, Liverpool, richtig gut. Komm, noch ein Walkout, komm. Komm. Jawohl, noch ein Walkout, wie geil. Nee. Boah, nee. Nein. Ah, schade. Komm ey. Boah, der ist aber schnell oder lecker. Komm, hier. Kann ich mich wieder anrufen, ne? Zwei Walkout, zwei Hammer. Boah. Ich habe eine schlechte Scheiße. Ja, nicht schlimm. Wer kriegt man denn für den hier? 20k, 14k. Boah, nee. Gut. Ja, coole Sache, ne? Ja. Ja.